Hi und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Euch erwartet heute wieder eine Blitz-Session mit einem Puzzle-Rush am Anfang wieder und dieser spannenden Stellung. Ich konnte gegen den National Master spielen, der ein sehr hohes Rating hatte und wir hatten ein abgelehntes Namen damit. Hier seht ihr, wie ihr in den Stellungen einfach spielt, auch gegen stärkere Gegner und sie eventuell auch damit bezwingen könnt. Viel Spaß mit dem Video. Okay, es geht los. Okay, hier hängt der Springer auf C3. Und ja, diesmal seht ihr oben den Score-Shield. Ich glaube, das haben sich einige gewünscht von euch. Das habe ich letztes Mal verpeilt, das zu machen. Hier habe ich den Mat. Und ja, da seht ihr, ich spiele das in drei Minuten Länge. Einfach kurz ein bisschen Taktikaufgaben machen, bevor ich jetzt irgendwie drauf losblitze, um dann einfach ein paar Motive schon mal drinnen sitzen zu haben. Gut, soweit ist es ganz einfach. Damit schlägt D2. Hier sollte ich ein Grundlinien-Matte haben mit dreifachen Figurenopfern. Damit D7 ist Matt. 1 F6 ist Matt. Und hier wieder das klassische Grundlinien-Motiv. Genau, soweit läuft es ganz gut. F4. Ich probiere jetzt mal relativ gut zu spielen, also wirklich so gut wie möglich, um zu schauen, was drin ist so innerhalb drei Minuten. Ich glaube, das interessiert euch bestimmt auch. Gut, hier habe ich Springer F6, Turm E8 und damit schlägt F5. Der Läufer ist dadurch ungedeckt. Springer F6, Turm H5, Turm schlägt H7. Und damit C8, wichtig. Gut. Hier kann ich diesen Bauern zuerst nehmen und dann auf A1 Schach geben. Damit E6. Und damit E7 ist Matt. Damit D8 ist Matt. Hier. Diese Springer-Schecher. Oder ich spiele heute Läufer C5. Ich weiß nicht. Ich habe jetzt einfach mal Läufer C5 gespielt. Ich muss ja relativ schnell spielen. War jetzt irgendwie falsch, aber okay. Nicht so schlimm. Turm D6 Schach sieht ganz gut aus. Ist sogar Matt. Dame C7 und Turm G7 Schach. Weil danach die Dame hängt. Turm E1, Turm Matt. Jetzt kann ich einfach hier nehmen. Genau, und das ist Matt. Genau, soweit läuft es ganz gut. Ich hoffe, das amüsiert euch auch halbwegs. Turm Schach. Und es ist Matt auf... Jetzt muss ich schauen, wo das Matt ist. Ich stehe hier auf G7. Nein, okay. Ich stehe hier auf E3, das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich konzentriere mich auf die neuen Aufgaben. Dame H5. Okay, jetzt will ich aber nichts falsch machen. Noch ein Fehler und ich werde raus. Okay, Dame H5. Hängt nicht der Springer. Ich kann den H7 nehmen, aber dann nimmt er auf F2. Und H2 ist 2 gedeckt, aber... Mein Turm hat B1 hängt. Unter anderem. Ah, okay. Ich habe einfach Turm Schicke 7. Zuerst vielleicht die Schachzüge anschauen. Und ja, okay. Hier habe ich das... Ich einen entfernten Freibauern habe. Und der nicht aufzuhalten ist. Okay, ich muss diesen Bauern hier aufhalten. Das kann ich... Au! Okay. Dann ist das doch vorsichtig beendet. Ich hätte den König heranbringen müssen, weil sonst der König hier vorsieht. Ich dachte, er spielt hier den Bauern vor. Aber okay. Starten wir jetzt einfach mal mit dem Blitzpartien. Okay, wir spielen sogar gegen den Titelträger aus Tschechien und Philippinen. In der National Master. Einen Titel, den es hier in Deutschland nicht gibt. Keine Ahnung warum. Gibt es irgendwie einfach nicht. Und ja, okay. Ich spielt hier D4. Ich spiele auch Sprenger F6. Dann spielt Sprenger F3. Ich spiele mal D5. Ich spekuliere mal, dass er Läufer F4 spielt. Ich spiele es E4. Okay. Dann gehen wir ins abgelehnte Damen. Gammert rein. E6. Läufer E7. Alles noch sehr Standardzüge. Okay. Läufer G5. Ich spiele mal hier H6. Und ja, hier gibt es viele Pläne. Ich roch hier jetzt einfach erstmal. Spiele dann gleich C6. Hoffe mal, dass er hier nimmt. Macht er nicht. Sprenger D7. Turm D1. Okay. Ich habe hier H6 jetzt relativ früh gespielt und rochiert. Sollte man vielleicht nicht machen, weil er jetzt auch mal G4, G5 drungen könnte. Also ich glaube, lange Rohade wäre vielleicht der bessere Zug für ihn gewesen. Muss ich mal schauen. Könnte ich springen E4 spielen? Läufer E7. Dame E7. Sieht nicht so danach aus. Ich brauche jetzt einen konkreten Plan. Ich könnte jetzt nehmen. Aber ich will eigentlich noch nicht nehmen, weil der Läufer noch auf F1 steht. Ich kann auch A6 spielen. Da haben jetzt E7. Das sind alles Züge. Ich spiele einfach mal Turm E8. Spekuliere mal, dass er hier irgendwann nimmt. Und dann die E-Linie sich öffnet. Okay, ich spiele A3. Ich spiele mal A6. Auf B4 mache ich wahrscheinlich B5. Und schließe die Stellung. Er spielt auch relativ schnell. Also es scheint sich auszukennen. Wird ein bisschen ungenau gespielt, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt irgendwie G4, G5 kommt, könnte es stark werden. Werde könnte ich aber auf C1. Wäre es vielleicht etwas besser oder optimaler für ihn. Aber ja, es ist auch ein relativ starker Spiel. Das sehe ich gerade mit 2,274 Rating. Ihr könnt es auch sehen da oben. Deswegen sehr spannend, wie ich mich jetzt gegen den schlagen werde. Ich muss auch schauen, dass ich hier relativ schnell spiele. Mein Problem ist halt natürlich auch oft, dass ich sehr langsam bin durch die Kommentierung. Ob ich jetzt einen 2,274er schlagen kann, sehen wir gleich. Aber ja, A6. Okay, jetzt spielt er endlich, glaube ich, 2. Darauf wollte ich immer nehmen. Und jetzt kriege ich B5 spielen. Mit der Idee, dann gleich noch C5 hinterher zu spielen. Frage ist, ob ich gleich C5 spielen kann. Meine Dame steht so blöd in der Linie. Sollte ich das nicht können? Wieder vielleicht B4, aber dann kann ich mit A5 anhebeln. Also ich könnte auch da mit B6 spielen. Ich glaube, das gefällt mir auch schon. Und früher oder später spiele ich halt wirklich C5. Und der Turmopfer hat mal schon Sinn. Zum Glück, weil der den Läufer auf E7 deckt. Sonst wäre der Springer hier gefesselt. Also es scheint noch halbwegs okay zu sein. Perfekt, weil das nicht gespielt, muss ich ehrlich zugeben. Weil er wahrscheinlich mit langer Hochhade etwas besser stehen würde. Und mit G4, G5 ein sehr einfachen Plan verfolgen könnte. Jetzt spielt er Springer E5. Ich könnte nehmen und Springer D5 spielen. Und dann vielleicht C5 irgendwann. Muss ich aufpassen. Aber ich glaube, ich lasse mich mal drauf rein. Ich kann auch Springer D7 spielen, den Bauern hier angreifen. Und wenn er nimmt, nehme ich zurück. Und E5 ist immer noch angegriffen. Dann muss er F4 spielen, aber dann hängt E3. Vielleicht spielt Springer D7. Will jetzt nicht Springer D5 spielen. Da steht zwar der Springer etwas attraktiver. Aber muss jetzt nicht sein, dass es unbedingt besser ist. Genau, er spielt Läufer G3. Stellt seinen Läufer hinter seinen Bauern. Jetzt nicht optimal für ihn. Ich kann jetzt mit C5 etwas Raum gewinnen. Und ich will wahrscheinlich meinen Springer über B8 und C6 manövrieren. Hat noch nicht mit meiner Entwicklung abgeschlossen. Es ist auch nicht so leicht. Weil der Läufer nicht wegziehen kann wegen dem Springer. Und es sieht natürlich ein bisschen blöd aus, wenn ich den Springer nach B8 hinstelle. Okay, er... Oder ich stelle ihn nach F8. Überzeugt. Weil er jetzt einmal matt gedroht hat. Und der Springer auf F8 dann doch einen guten Job hier macht. Um das mal zu decken. Jetzt kann er vielleicht auf D6 rein. Ein bisschen habe ich schon alles unterschätzt. Muss ich zugeben. Aber ich kann vielleicht Läufer B7 und Läufer schlägt G2 spielen. Nach Springer D6. Und wenn er meinen Turm nimmt, nehme ich seinen Turm. Also es sieht alles noch sehr kompliziert aus. Springer D6 ist natürlich auf jeden Fall eine Option. Weil dann der Bau auf D6 ziemlich nervig ist. Er ruhiert erstmal. Die Frage nehme ich jetzt hier raus, um quasi es zu vermeiden. Dass er hier einen Springer nach D6 hinstellt. Und argumentiere damit, dass es einfach angenehmer ist dann zu spielen. Ich glaube schon. Ich glaube, wenn der Springer auf D6 kommt, wird es ziemlich unangenehm. Deswegen tausche ich mal raus und spiele Turm D8. War jetzt die Frage, ob ich den oder den hinstelle. Ich habe jetzt einfach mal die Figur gezogen, die nicht auf A8 hängt. Und ich glaube, ich tausche ein bisschen was runter. Gerade, wo er den Bauern jetzt auf A4 gezogen hat. Ich muss halt immer aufpassen. Damit D8 und damit B7. Die Dame kann natürlich eindringen, aber damit D1. Also ich denke, wenn ich die D-Linie dann irgendwann habe, dass ich okay stehe. Der Läufer auf G3 ist halt ziemlich unglücklich, dass er halt hier auf seinen Bauern schaut. Okay. Mein Tempo ist auch ziemlich gut zum Glück. 2,32. Ein paar kritische Entscheidungen muss ich jetzt auch leider treffen. Mal schauen, ob ich sie richtig getroffen habe. Turm F1, das überrascht mich jetzt komplett. Ist jetzt irgendwie nicht so intuitiv gut, aber F4, F5 scheint seine Idee zu sein. Okay. Entweder ich spiele jetzt so aktiv wie es geht. mit Turm D2 und dem B zu angreifen. Muss halt dann mit F4 rechnen. Aber ich glaube, es ist trotzdem das, was ich machen werde. Und ja, F4, F5, ich werde halt wahrscheinlich nehmen müssen und dann mal schauen. Aber vielleicht kriege ich es auch hin, dass ich meine Dame aktiviere. Irgendwie mit C5 vielleicht und Dame E3. Oder Läufer C5. Also sehr kompliziert noch alles. Er spielt auch B3. Traut sich gar nicht den Bauern herzugeben. Ich kann natürlich C4 spielen. Ich glaube, das mache ich auch, weil nach C4 hängt auch der A3 hinten. Dame schlägt C4, Läufer schlägt A3. Ich glaube, ich lasse mich mal drauf ein. Am Ende habe ich dann diesen entfernten Freibauern und er hat hier noch diese schlechte Struktur. Wenn die Dame jetzt auf B5 steht, da auf C4 steht, dann ist E3 auch schwach. Das heißt, er kann nicht F4 direkt spielen. Deswegen scheine ich noch halbwegs zufrieden zu sein. Vielleicht A5. Einfach mal den Bauern laufen lassen demnächst. Läufer nach B4, A oder vielleicht Läufer nach E7. Und dann den Bauern einfach schieben. Mal schauen. Schwer zu vorher sagen. Es ist jetzt wirklich eine anstrengende Blitzpartie. Weil der Gegner sehr, sehr stark ist und ich gewinnen will. Aber es sollte noch machbar sein. Gerade jetzt mit der Zeit 1,55 gegen 1,8. Er spielt hier diesen Zug. Verstehe ich nicht ganz. Ich spiele einfach mal Läufer B4. Klar, er kann jetzt diesen Läufer fesseln. Aber ich spiele jetzt einfach A5 dann im nächsten. Gut, er hat E3 gedeckt vielleicht dadurch. Aber bin mir trotzdem sehr unsicher mit der Entscheidung. Jetzt spiele ich halt wirklich A5. Und die Dame ist halt ziemlich, ja, wirklich sehr passiv. Die ganzen Figuren stehen auf der Grundlinie. Der Läufer ist trotzdem noch sehr stark. Mein Springer bei F8 ist natürlich jetzt, ja, eine Verteidigungsfigur. Aber er füllt seinen Job. Okay, jetzt kann ich forciert die Damen tauschen. Dame C5. Und hoffen, dass ich das Endspiel gewinne. Was heißt hier hoffen? Ich probiere natürlich das Endspiel zu gewinnen. Ich könnte jetzt abtauschen. Ich könnte auch... erst überlegen, Turm A2 zu spielen. Aber ich denke mal, dass ich abtausche. Und ich sehe nicht sein Gegenspiel. Er muss halt wirklich diesen Bauern hier decken. Oder verändern, dass er durchläuft. Ja, das habe ich auch kommen sehen. Okay, ich kann jetzt Turm A3 spielen. Den Läufer angreifen. Ich will A4 spielen. Turm C3 tausche jetzt wieder forciert was ab. Und vielleicht... Das Problem ist, wenn ich die Bauern alle abtausche. Das Problem ist, wenn ich die Bauern alle abtausche, also den Turm jetzt abtausche, dann ist es schwieriger, den Bauern durchzusetzen. Vielleicht aktiviere ich auch erstmal meinen Springer mit Springer D7, Springer C5. Kann ich echt machen. Sieht eigentlich vernünftig aus, Springer D7. Dann kann ich auch Turm C3 spielen. Und vielleicht hängt dann der Bau auf E5. Weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich bin gut in der Zeit. Ich probiere das Tempo zu halten. Sehr amüsant bis jetzt, hoffe ich für euch auch. Und okay, ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier nicht in der Grundlinie matt gesetzt werde. Aber ich sehe das noch nicht die Gefahr. Vor allem, weil ich das h7 Feld habe. Und ja, Turm C3 ist jetzt dann doch eine sehr große Drohung. Der Läufer hat nicht so die glücklichen Felder. Und wenn ich a4, a3 durchgesetzt bekomme, mein Gegner hat extrem wenig Zeit. Okay, er spielt natürlich h5, ist etwas nervig, weil das hier meinen Weg versperrt. Aber, okay, ich muss jetzt überlegen, ob Turm C3 passt. Ich hoffe mal schon. Der Läufer B5. Ich könnte a4 machen und einfach laufen. Hat er hier eine Drohung? Also ja, er hat eine Drohung, sehe ich gerade. Das ist natürlich das Gegenspiel, was ich nicht erlauben will. Ich könnte natürlich jetzt hier G5 spielen und König G7. Ja, ich glaube, das ist bitter notwendig, weil sonst spielt er einfach Läufer E8 und greift den Bauern an. Und dann hat er hier vielleicht eine Schaukel. Das will ich nicht und er hat echt extrem wenig Zeit. Ist wahrscheinlich jetzt der stärkste Gegner, den wir hier in der Session besiegen. Und ja, seine Zeit fällt auch aus. Aber wir stehen hier auch klar besser. Gerade mit dem Freibauern hier ist es schon extrem schwer jetzt für den Gegner. Und cool, haben wir mal gegen den Titelträger live gewonnen mit Kommentierung. Und schauen wir mal, was die nächste Partie verspricht. Okay, wir haben endlich mal eine Weißpartie. Jetzt einfach mal mit den letzten Blitzsessionen noch verglichen. Hatte ich letztes Mal eigentlich immer nur schwarz und jetzt wieder schwarz. Jetzt haben wir endlich mal eine Weißpartie. Und okay, er spielt hier dieses Löwenthal-Kalaschnikow-Zeugs mit D6. Ich denke mal, dass ich hier Spinger 1, C3 spiele. Hier muss ich Spinger A3 spielen. D5, Spinger D5 ist gleich nochmal. Muss ich überlegen, läuft er E6. Entweder man spielt C4 oder läuft er D3. Ich glaube, ich spiele auch mit D3. Kann er hier nehmen. Ich habe das schon mal vorbereitet, mal in einer Langzeitpartie. Aber ja, ist jetzt auch ewig her. Ich glaube, ich ruhe jetzt einfach mal. So, hat er jetzt G5 spielen. Das ist komisch. C4. Ist auf jeden Fall ein Zug. Kann auch einfach F6 nehmen und C4 spielen. Ich weiß jetzt nicht, was das Beste hier ist. Okay, wenn ich C4 spiele und er nimmt. Die Frage, wie nehme ich damit einen Läufer zurück, um den zu decken. Dann hängt vielleicht E4. Aber vielleicht C4, Springer schlägt. Geht nicht. Aber sagen wir C4, B, C und ich tausche dazwischen. Und kann dann vielleicht Läufer schlägt C4 spielen. Den starken Läufer hier abtauschen. Dadurch ist aber auch das Feld auf E3 ziemlich schwach. Ich kann auch einfach F6 tauschen. Aber mir gefällt es eigentlich, dass ich hier am Ende die Schwäche auf A6 habe. Also wenn er jetzt auf C4 nimmt. Springer schlägt F6, Dame schlägt F6. Und Läufer C4. Und am Ende ist A6 schwach. Ich habe ein 2 gegen 1. Hier spielt B4. Das überrascht mich jetzt. Hätte jetzt irgendwie sicher mit C4 gerechnet. Kann ich jetzt einfach Springer hier und Läufer E3 spielen. Jetzt habe ich wirklich eine sehr angenehme Stellung. Ja, ist jetzt die Frage, wie ich damit umgehe. Also A3 vielleicht, um das hier anzuhäbeln. Oder wirklich einmal Läufer E3. Vielleicht kommt dann Springer G4. Das gefällt mir nicht. Wobei dann noch Läufer B6 eine Drohung ist. Also vielleicht ist Läufer E3 einfach gut. Läufer B6 ist eine Drohung mit Springer C7. Okay. Versteht er auch. Jetzt kann ich B3 und A3 vielleicht spielen, um dann A5 zu schwächen. Bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Springer schickt F6. Dame F6. Ich glaube, ich spiele einfach B3. Hier einfach solche Motive B3 wegzunehmen. Und jetzt sage ich A3 und zu nehmen. Dann ist vielleicht A5 schwach. Aber dann ist das Feld auf B4 schwierig. zu besetzen. Okay. Ich kann auch E7 theoretisch nehmen. Oder F6 nehmen. Schwer. Es ist halt echt eine sehr komplizierte Stellung mit vielen Ideen. Und dafür ist halt eine Schwarz... Also die schwarze Stellung ist dafür ganz gut. Weil wahrscheinlich Schwarz die Pläne besser kann als ich als Weißer. Die steht dafür ganz gut. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich das ausnutze. Spielt man glaube ich mal da mit E2 erstmal. Scheint nicht falsch zu sein. Okay. Ich kann Springer G4 spielen. Das habe ich jetzt total vergessen. Hätte ich natürlich vermeiden sollen. Ich spiele jetzt vielleicht H3. Springer G4 rauszunehmen. Einfach halbwegs normale Züge spielen. Kann ich früher oder später nehmen. Und vielleicht trumpft FD1. Und auf der D-Linie Druck machen. Das mache ich jetzt mal. König A7 gefällt mir eigentlich nicht. So in die Diagonale vom Läufer zu laufen. Hätte ich auch vielleicht F4 spielen können. Aber vielleicht hätte ich auch Läufer schlicht H6. Was ich einfach nie überlegt habe. Jetzt kann ich F4 überlegen. Ich kann auch Springer E7 überlegen. Ich kann auch jetzt erstmal Läufer F1 spielen. Und drohen, dass ich auf C7 nehme. Und dann auf D6. Vielleicht spielt aber Springer C5. Was das Ganze dann erschweren wird. Okay. Er gibt mir wirklich freiwillig den Bauern. Hätte ich jetzt nicht dabei. Ich nehme jetzt einfach den Bauern. Ich weiß jetzt nicht. Wann ich es jetzt nicht tun sollte. Außer meine Dame ist irgendwie gefangen. Aber unvorstellbar, dass die Dame hier auf der D-Linie nicht genug Felder hat. Er ist auch am überlegen. Ich habe es dann aber verpasst. Dass ich hier die Drohung aufgestellt habe. Also zum Glück habe ich es mit einfachem Spiel geschafft. Einen Vorteil auszunutzen. Jetzt mal schauen, ob ich das dann auch zeitlich über die Bühne bringen kann. Vielleicht C5, C6. Dame schlägt E5 früher oder später. Okay, deckt er. C5 ist natürlich verlockend. Ist extrem stark, der Bauer. Und nimmt hier ein bisschen die Felder vom Springer weg. Und dann auch gleich C6 hinterher. Okay, spielt hier Dame A4. Ich freue mich, was auf G3 macht. Wahrscheinlich Dame A4. Da haben wir F6. Und vielleicht spiele ich dann König A2 einfach. Aber... Ja, es muss alles nicht sein. Also ich stehe hier auch so gut. Vielleicht spiele ich einfach C6 und C7. Push den Bauer einfach ein bisschen durch. Der Springer muss jetzt erstmal nach F6 ziehen. Dann ist die Dame noch mehr angefahren nach G3. Okay, spielt nach F8. Ist auch okay. C7. Und Läufer A6. Also das sieht schon eigentlich sehr gut aus für mich. Vielleicht spiele ich aber erst Springer. Okay, er droht ja nichts. Wirklich gar nichts. Und ich spiele vielleicht einmal Springer E1, Springer F3. Habe jetzt den Bauern eingestellt. Das war jetzt dämlich. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, okay. Das ist natürlich schade. Den nimmt er jetzt natürlich auch. Ich glaube, dass der Springer vielleicht sich irgendwann wegzieht. Und dass ich dann Läufer D3 habe. Deswegen spiele ich jetzt nicht direkt Läufer D3. Ich glaube, besser ist nochmal meine Stellung. Ich denke aber, dass ich mit dem Bauern auf C7 trotzdem noch sehr gut stehe. Und seine Figuren ja auch einfach alle ein bisschen, ja, merkwürdig stehen. Habe das Läuferpaar. Und okay, F5. Guter Zug. Vielleicht kann ich G3 spielen. Nee. G3-Läufer G2 vielleicht. Weiß nicht. Also F4 ist dann doch sehr, sehr scharf. Läufer C4 kann ich machen. Theoretisch. Und dann Turm C4. Hoffentlich hängt da nicht C7. Aber sehe ich jetzt nicht. Ich denke mal, dass es ganz gut ist. Ich habe eine Minute. Also jetzt wird es wieder wahrscheinlich ungenau. Okay. Erlaubt mir quasi hier zu nehmen. Ich könnte hier Läufer, also ich sollte hier wahrscheinlich Läufer B6 ziehen. Ja, sehr kompliziert leider die Stellung. Zu wenig Zeit dafür. Eine Minute. Also es wird natürlich sehr ungenau. Sehr schwierig. Schon mal hier vorab gesagt, dass es jetzt wahrscheinlich nicht die sauberste Partie wird. Und wenn überhaupt eine Gewinnpartie. Aber ja, die Bauern auf A5 von B4 sind halt extrem schwach. Aber sein Angriff ist extrem stark. Muss man auch zugeben. Also F3. Wie ich jetzt mal sehe, sieht nicht so schön aus. Weil es hier alles öffnet. Aber der Läufer deckt alles. Ach. Boah. Ich bin Trottel. Ich hatte einfach Läufer D3. Und die Dame wäre weg gewesen. Also jetzt fängt es auch wirklich an ungenau zu werden. Läufer E6. Turm E6. Dame E1 vielleicht. Aber es sieht auch nicht gewonnen aus. Jetzt spiele ich einmal Läufer D5. Darf nur nichts einstellen. Das ist jetzt das Wichtigste. Keine dummen Fehler. Der Turm ist, glaube ich, gefangen. Ich kann es nicht sagen. Wahrscheinlich hat er Läufer D7. Und ich kann hier nicht zurücknehmen, weil dann E3 am Ende hängt. Keine Ahnung was. Also es ist total. Und ja, er spielt auch die Variante. Vielleicht kann ich auch einfach... Ja, ich weiß es nicht. Also nehmen, nehmen. Läufer E2 vielleicht. Dann hängen zwei Figuren. Vielleicht. Irgendetwas Springer auf H4 und der Springer auf D7. Das ist sehr anspruchsvoll. Erschöpft mich auch gerade ein bisschen. Aber... Es sieht gut aus. Muss ich zugeben. Es sieht optisch ganz gut aus. Objektiv weiß ich jetzt nicht, ob ich hier nicht was einstelle. Aber... Ja, der C7-Bauer war dann doch sehr effektiv. Weil er jetzt einfach das Gegenspiel vom Schwarzen sehr... Sehr eingeschränkt hat. Okay, Springer schlägt. G2 ist natürlich ein bisschen... Merkwürdig. Aber ich muss jetzt einmal schnell ziehen. Ich nehme jetzt einmal den Springer. Vielleicht den D7 nehmen sollen. Ach, keine Ahnung. Ähm... Okay, und jetzt muss ich schauen, dass ich vielleicht die Dame irgendwie abtausche. Dame C6. Das sieht nach einem Damentausch aus. Also jetzt ganz prinzipiell die Dame abtauschen. Und dann haben wir das Endspiel mit mehr Figur und... Sehr starken Freibauern auf C7 gewinnen. Äh... Okay, davor fürchte ich mich jetzt nicht. Ich spiele jetzt einfach... Läufe E3. Springer schlägt F3. Tum E1. Äh... Okay, E3. Tum E1. Kann mir halt hier eine Dame machen. Und ich drohe Tum schlägt E8 vielleicht. Okay. Hm... Ja. 18 Sekunden. Also es ist extrem, extrem knapp. Ich nehme jetzt mal... Hier Tum schlägt... Äh, kann ich nicht. E3. Ich hoffe, dass sich das alles hier hält. Springer schlägt der 4. Probiere ich mal den auszutricksen. Ich hoffe, dass er hier nimmt. Dann habe ich Springer schach. Macht er nicht. Ah, Tum sie 5 im Auslip. Aber nicht so schlimm. Springer D5. Ich tausche hier weiter ab. Tausche mit dem Bauern. Und jetzt wird es wieder ein Zeitnot gehacke. Wie man es so schön sagt. A3. Ich nehme hier raus. Ich probiere wieder einen Turm auf A7 hinzustellen. Mein Lauf hängt. Turm A7. 4 Sekunden. Mann, oh Mann. Ich nehme mal den Turm auf dem... Das ist fällt. Okay. Ich probiere es irgendwie über die Zeit noch zu heben. 4 Sekunden. Also ich werde jetzt irgendwie dumm pre-moven. Oh, er tauscht ab. Überrascht mich. Ich nehme jetzt auch mal den H6. und gehe dann... Ach, gewonnen das Bauern ins Spiel. Ich hoffe. Oh. Nee. Ach komm. Es ist wirklich immer das Gleiche leider. In letzter Zeit. Dass ich viel zu langsam bin für diese Sessions. Aber... Ja, es ist einfach dieses Kommentieren und Spielen ist schwierig. Und auch beim pre-moven hat jetzt irgendwie nichts funktioniert. Weil der Gegner das auch clever gemacht hat. Also hier habe ich ja die ganze Zeit König H5 gepremovt. Normaler Mensch würde vielleicht den Bauer nehmen. Aber er hat König G6 gespielt. Und hier habe ich F4 gespielt. Und dann... Ja, nach H5, F5. Normal nimmt man den vielleicht. Und dann erlaubt er mir hier den Bauer zu nehmen. Dann ist die Stelle mindestens Remi, weil er kein Material mehr hat. Naja, so ist es halt. Ich hoffe, ich habe euch jetzt trotzdem unterhalten. Waren trotzdem zwei unterhaltsame und coole Partien, hoffe ich. Und für weitere solche Videos abonniert den Kanal. Lasst ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.